Und hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Lore-Spezial. Unter dieser Folge geht es in die römisch-griechische Mythologie mit der Geschichte von Arachne, der großen Weberin und ersten Spinne, die sich mit der Göttin Athena gemessen hatte. Bevor wir beginnen, will ich wie immer meinen Patreons das allererstes danken. Eure Unterstützung erlaubt es mir, solche Videos zu machen und gebt mir Zugang zu guter Literatur, die ich für solche Videos brauche. Überliefert ist uns die Geschichte von Arachne nun zentral durch den römischen Dichter Ovid. Dessen Werk, Metamorphosen, stellt die älteste Quelle für diesen Mythos dar. Und obwohl die darin erscheinenden Götter, Figuren und Geschichten griechischen Ursprungs sind, ist dieses Werk wohl eher der römischen Mythologie zuzuordnen. So war Ovid ja auch ein römischer Dichter, der von den Jahren 43 v. Chr. bis 18 n. Chr. lebte. In seinem wohl bekanntesten Werk, den Metamorphosen, verarbeitete Ovid viele klassische griechische Mythen und Figuren. Er verbindet diese aber auch miteinander, sodass sich in den Metamorphosen eher zusammenhängende Erzählungen ergeben. Und zudem schrieb Ovid dieses Werk nicht nur um griechische Mythen zu sammeln, sondern auch um eigene Themen auszudrücken. Und zu diesem Zweck schrieb der römische Dichter auch so manchen Mythos, mit dem er arbeitete, um. Für einen griechischen Arachne-Mythos ergibt sich dadurch allerdings ein gewisses Problem. Da Ovid unsere älteste Quelle ist und er oft Mythen zum Teil sogar recht stark veränderte, ist unklar, wie und ob der Mythos von Arachne bei den Griechen in der Antike bekannt war und wie er vor Ovid aussah. Mit Ovid als Autor dieser Version des Arachne-Mythos gehört dieser wohl eher auch zur römischen als zur griechischen Mythologie, zumindest in dieser Form. Möglicherweise entspricht diese Geschichte von Ovid recht gut einer älteren Tradition um Arachne. Vielleicht aber schrieb der römische Dichter auch einen ganz neuen römischen Mythos mit dem Material, das ihm bekannt war. Zu Beginn der Geschichte von Arachne, wie sie in den Mythomorphosen zu finden ist, heißt es nun, dass sie Berühmtheit erlangte nicht, weil sie von besonderer Abstammung war, sondern für ihre großen Fähigkeiten. Ihr Vater war ein einfacher Mann namens Idmon, der aus Kolophon in Ionien stammte und als Tuchfärber arbeitete. Der Name von Arachnes Mutter ist dagegen unbekannt und sie soll schon sehr früh verstorben sein. Aber auch sie war nur aus dem einfachen Volk. So war auch Arachne zunächst eine ganz einfache Frau, doch schon früh arbeitete sie mit Stoffen wie ihr Vater und bald schon war sie in allen Städten von Lydien, was ebenfalls eine Region in Kleinasien ist, für ihre Kunstfertigkeit bekannt. Dennoch aber führte sie ein recht bescheidenes Leben in einem einfachen Haus in der Stadt Hypeda. Bald schon war Arachnes Kunstfertigkeit mit Stoffen so berühmt, dass unzählige Menschen kamen, um sie zu sehen und selbst die Nymphen von Bergen und Wellen kamen, um ihr beim Arbeiten zuzuschauen. Selbst die Geister beobachteten sie, wie sie spannen und webte und nicht nur ihre fertigen Werke, sondern sogar ihr Arbeiten an sich, war so schön und kunstvoll, dass es sie erstaunte. Und die Nymphen sagten, dass es wohl Athena persönlich gewesen sein müsste, die Arachne gelehrt hätte, denn diese war ja unter anderem auch als eine Göttin der Handwerkskunst bekannt. Die stolze Weberin Arachne war über dieses eigentliche Kompliment aber gar nicht erfreut. Ganz im Gegenteil, sie fühlte sich davon gekränkt, dass sie eine Lehrmeisterin gehabt haben soll und sagte, dass Athena doch mit ihr wetteifern sollte, wenn sie sich traute. Und eben mit diesen Worten forderte sie die Göttin heraus und mit ihrem Prahlen und ihrem Stolz, dass sie selbst die Göttin des Handwerks übertreffen könnte, beging sie einen schweren Fehler. Die Göttin Athena aber nahm zunächst die Form einer alten, gebrechlichen Frau an und kam in dieser Gestalt zu Arachne. Sie wollte ihr noch eine letzte Chance geben und warnte sie. So sagte Athena als alte Frau zu der Weberin, dass sie in ihrem hohen Alter viel Weißer derlangt hätte und daher guten Rat wüsste. Und sie riet ihr so, dass sie unter den Sterblichen nach höchstem Ruhm streben solle, aber nicht gegenüber den Göttern. Gegenüber diesen müsste man nachgeben und ihnen keine Prahlerei und Stolz entgegenbringen und wenn sie sich bei Athena entschuldigen würde, so würde ihr die Göttin sicher vergeben. Arachne wollte davon aber nichts hören. Sie antwortete, dass die alte Frau wohl nicht mehr ganz bei Verstand sei und sie ihr Geschwätz nicht mehr hören wollte. Die alte hätte kein Recht, sie so zu ermahnen und zu tadeln und ihr Stolz und ihre Meinung waren nach wie vor gleich. Und sogar ein zweites Mal forderte sie Athena heraus und Arachne sagte, warum sie denn nicht selbst käme und warum sie denn im Wettkampf mit ihr aus dem Weg gehen würde. Eben das tat Arachne aber vor der alten Frau, die ja keine andere als die Göttin war und da offenbarte Athena ihre wahre Gestalt und meinte, dass sie ja bereits hier wäre. Sogleich als Athena sich offenbarte, erwiesen ihr alle Nymphen und die Leute, die dort waren, höchste Ehren, die ihr zustehen. Doch Arachne war nach wie vor unerschrocken, aber selbst sie errötete, da ihr klar wurde, wem sie nun gegenüber stand und vor wem sie gerade gesprochen hatte. Von ihrem Vorhaben, sich mit der Göttin zu messen, konnte sie nun aber nur noch schlecht zurückweichen. Sie glaubte nach wie vor an ihren Sieg und sah sich bereits größten Ruhm ernten. Aber auch Athena war bereit für den Wettstreit. Rasch wurden zwei Webstühle für die beiden aufgestellt und sie begannen jeweils einen Wandteppich mit eindrucksvollen Szenen darauf zu weben. Sie arbeiteten beide mit höchster Kunstfertigkeit und beide mit den feinsten Stoffen und Farben. Selbst Gold und anderes webten sie ein. Die Göttin und die Weberin zusammen bei der Arbeit zu sehen, war allein schon ein Wunder für sich. Doch auch die Teppiche, die sie machten, waren wahrlich größte Meisterwerke. Athena webte eine Darstellung von ihrem Streit mit Poseidon ins Zentrum ihres Teppichs. In der Mitte war so der Felsen von Ares in Athen. Und der Wettstatt zwischen Athena und Poseidon wurde dort dargestellt, der um den Namen des Landes war. Beide sollten den Bewohnern der Region ein Geschenk machen, um ihre Verehrung zu gewinnen. Poseidon schenkte da der Stadt einen Brunnen, doch als er diesen öffnete, kam Salzwasser hervor, das nicht brauchbar war für die Menschen, während Athena einen Olivenbaum wachsen ließ. Da der Baum den Leuten Nahrung, Öl und Holz spenden konnte, gewann Athena den Wettstreit und hatte das bessere Geschenk gemacht, weshalb sie auch in Athen für alle Zeit verehrt werden sollte. Über diese Szene stellte sie die Götter des Olymp da, mit Zeus in der Mitte. Und um zu zeigen, wohin solche Hybris wie die von Arachne führen würde, stellte Athena vier verschiedene Mythen in den Vierecken ihres Teppichs dar, die ihm so ein Verhalten zeigen und die Konsequenz, die daraus erwächst. In einer Ecke zeigte sie Königin Rhodope und König Hämus, die in Thrakien herrschten und sich als besser als das Paar Zeus und Hera sahen und am Ende zur Strafe in kalte Berge verwandelt wurden. In der nächsten Ecke war das Schicksal von Gerana vom Stamm der Pygmäen zu sehen, die sich ebenfalls mit der Göttin Hera messen wollte. Für ihren Hochmut wurde sie in ein Kranich verwandelt. Dann folgte eine Darstellung der Antigone, einer dritten Frau, die sich mit Hera messen wollte. Für ihre Hybris wurde sie von der Göttin zur Strafe in einen Storch verwandelt und konnte sich mit dem Klappern ihres Schnabels nur noch selbst applaudieren. Und schließlich zeigte die letzte Ecke noch Kynuras, den König von Zypern, der um seine Tochter Myra weinte. Diese hatte sich gemäß der Version der Ovid in den Metamorphosen ebenfalls erzählt, in ihren eigenen Vater verliebt und versuchte ihn zu täuschen, damit sie mit ihm schlafen konnte. Als dieser aber ihre Täuschung erkannte, wollte er sie dafür töten, doch Myra konnte fliehen und irrte danach in den Osten. Sie sah dann ihr Vergehen ein und wollte jede Strafe, die die Götter für sie passen sahen, auf sich nehmen und so wurde sie von den Göttern in einen Baum verwandelt. Die Tränen, die sie bei dieser Verwandlung vergoss, wurden zu Harz, das als Mürre aus dem Holz tropfte. Und diese fünf Sehnen, Athenas Sieg beim Wettkampf und die vier Mythen, die ihr die Hybris der Sterblichen zeigen, umrahmte die Göttin mit feingewobenen Olivenzweigen und vollendete so ihr Werk. Arachne unterdessen webte einen Teppich, der ganze 21 Mythen zeigte, die sich alle um die verschiedenen Liebschaften, Eskapaden und auch Schandtaten der Götter drehten. Viele davon natürlich Abenteuer von Zeus und die meisten davon zeigten, wie die Götter Sterbliche täuschten, verführten oder direkt missbrauchten. Jede einzelne Szene war dabei aber so meisterhaft gemacht und so wundervoll gearbeitet, dass man sie für echt halten konnte. So zeigte Arachne auf ihrem größten Meisterwerk, wie Europa von Zeus in Stierform entführt wird und auch wie Zeus als Adler zur Asterie kam und wie er als Schwan zur Leder kam. Weiter entstellte Arachne dar, wie Zeus als Satyr zur Antiope, der Tochter des Nyctheus kam und mit ihr Zwillinge zeugte. Dann wie der Donnergott mit Alkmene den berühmten Helden Herakles zeugte und als goldener Regen mit Danae den Helden Perseus. An Ananke kam er als Feuer heran und an Memnosyne getarnt als Hirte. Und schließlich war auch noch zu sehen, wie Zeus als Schlange zur Persephone kam. Neben den Taten, Missetaten und Verführungen von Zeus stellte Arachne aber auch Poseidon dar. So bildete sie auf ihrem Meisterwerk auch ab, wie der Meeresgott als Stier verwandelt mit Arne, der Tochter von Aeolus, zwei Söhne zeugte und wie er in Form eines Widders mit der Nymphe Theophane schlief, die er zuvor in ein Schaf verwandelt hatte. Und weiterhin zeigte die Weberin, wie Poseidon als Hengst sich der Göttin Demeter bemächtigte und als Vogel der Medusa und schließlich noch als Delfin der Melanto. Und schließlich noch, wie er an die schöne Tyro herankam, indem er die Form des Flussgottes Nympheus annahm, in den sich Tyro verliebt hatte. Den Gott Apollon zeigte ihr meisterhafter Teppich, wie er sich in einen Landmann, in einen Habicht oder einen Löwen verwandelte oder in einen Hirten, um verschiedene Liebhaber zu verführen und zu überlisten. Dionysos zeigte sie, wie er Rigone als Trauben täuschte und schließlich stellte Arachne zum Abschluss noch dar, wie der Titan Kronos als Pferd verwandelt mit der Nymphe Phylura, den Zentauren Chiron, zeugte. Diese 21 mythischen Szenen ihres größten Werkes rahmte die Weberin dann noch mit einer goldenen Borte ein, auf der Blumen in Efeuranken eingewoben waren. Und dann stellten die Göttin und die Weberin ihre Werke gegenüber. Und am Ende war Arachnes Werk so meisterhaft und perfekt, dass nicht der Malathena es bemängeln konnte. Das allein machte die Göttin der Weisheit und des Krieges schon wütend. Dazu aber war das Werk der meisterhaften Weberin Arachne eine dritte Beleidigung an sie und die Götter. Alle Szenen darauf zeigten ja Schandtaten, Täuschungen und Anzüglichkeiten der Götter. Daher wurde die Göttin so wütend, dass sie den Teppich von Arachne packte und in der Luft zerriss und mit ihrem Weber-Schiffchen schlug sie auf Arachne ein. Diese war nun von der Reaktion, die ihr Meisterwerke vorgerufen hatte und von der Zerstörung von diesem zutiefst erschüttert. Sie konnte Athenas Urteil nicht ertragen und wollte sich schließlich erhängen. Gerade als Arachne aber selbstmord begehen wollte, hatte Athena doch Mitleid mit ihr. Immerhin hatte sie ja größte Kunstfertigkeit gezeigt und ein makelloses Meisterwerk erschaffen. Und die Göttin der Handwerkskunst meinte, dass sie den Tod nicht verdient hätte. So fing sie Arachne auf und stützte sie, sodass sie sich nicht erhängen konnte und nicht starb. Für ihren Hochmut aber und für ihre Beleidigungen gegen die Götter hatte sie dennoch eine Strafe verdient. Und so machte Athena ihre Warnungen, die sie auf ihrem Teppich gezeigt hatte, zur Strafe von Arachne. Sie verwandelte die große Weberin in eine Spinne und sprach, dass sie und alle ihre Nachkommen zur Strafe spinnen sein sollen und in ihren Netzen für immer hängen müssten. So wurde Arachne für ihren Hochmut zur Spinne und auch als solche war sie weiterhin eine meisterhafte Weberin, die nun ihre Netze spinnen sollte. Und wie Athena es gesagt hatte, sollten alle Nachkommen von ihr es ebenso tun und spinnen sein. Und damit endete auch der Mythos von Arachne. Neben der für die Metamorphosen von Ovid natürlich namensgebenden und typischen Verwandlung, die sich zentral in der Verwandlung von Arachne in eine Spinne zeigt, geht es nun in diesem Mythos auch um eines der typischen und häufigsten Themen der römisch-griechischen Mythologie. Um das Thema der Hybris. Für sehr viele Figuren der Mythologie wird ihr Übermut, ihre Hybris und ihr Glaube, sich mit den Göttern messen zu können, zum Untergang und führt zu einer schweren Strafe. Eben davon warnt Athena ja Arachne schon zu Beginn als alte Frau. Doch wie es ebenfalls so häufig der Fall ist, wird so eine Warnung von einer hochmütigen Figur einfach nicht beachtet und in den Wind geschlagen. Und am Ende geht es daher schlecht für diese aus. Darüber hinaus aber bildet dieser Mythos von Arachne auch eine Ursprungserklärung für die Spinnen der Welt und ihre Eigenschaft, Netze zu weben. Sie ist die erste mythologische Spinne, was möglicherweise auch auf ein hohes Alter des Mythos hinweisen könnte. Aber auch weitere Interpretationen sind wie so oft gut möglich. Unter anderem auch, dass Souvith hier das Weben als Sinnbild für Kunst und Dichtung allgemein nimmt und hier auf die Beziehung zwischen Kunst und Zensur durch Tyrannei und Machthaber anspielt. Die Zerstörung von Arachnes Teppich durch Athena wäre nach dieser Deutung eben die Zensur durch einen Herrscher. Arachne stellte auf ihrem Meisterwerk ja Szenen dar, die den Göttern nicht gefallen und diese Bloßstellen ihre Schandtaten aufzeigen und dadurch machte sie Athena wütend und ihr Werk wurde zerstört. Eine Erfahrung, die Ovid möglicherweise sogar persönlich machte. Er lebte ja zur Herrschaftszeit von Kaiser Augustus und nur kurze Zeit nachdem er die Metamorphosen veröffentlicht hatte, wurde Ovid aus Rom verbannt. Er wurde nach Konstanz an Schwarze Meer geschickt, das damals den römischen Namen Tomi trug und dort musste er bis zum Ende seines Lebens bleiben. Der genaue Grund für sein Exil ist dabei allerdings unklar, wobei er selbst schreibt, dass es ein Gedicht und ein Fehler war, der ihm dieses Schicksal einbrachte. War es also auch bei Ovid möglicherweise ein Werk, das dem Kaiser missfiel und ihm eine solch schwere Strafe einbrachte? Möglich wäre es. Doch da der Grund für die Verbannung eben unklar bleibt, lässt sich nicht sagen, wie und warum Ovid mit den Herrschern in seiner Zeit aneinander geriet und womit er sich diese Strafe verdiente. Wenigstens aber konnte Kaiser Augustus ihn nicht wie Athena in eine Spinne oder ein anderes Tier verwandeln. Und damit verabschiede ich mich aus diesem Lore-Spezial zur griechisch-römischen Mythologie und zum Mythos von Arachne. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare schreiben und ich danke wie immer ganz besonders meinen Patreons, die diese Videos ermöglichen. Und damit sage ich Tschüss YouTube und bis nächstes Mal bei einem weiteren Lore-Spezial. Und damit sage ich mich aus diesem Video in die Kommentare.